Das Schautorn stand dieses Jahr unter dem Motto fabelhafte Fantasie. Das haben wir vorgegeben. Jede Gruppe durfte sich dann frei etwas aussuchen, was sie dazu gestaltet. Ich finde, es hat einfach Spaß gemacht, weil so viele geklatscht haben und alles. Das war cool. Das Besondere ist, dass alle Gruppen zusammenkommen, die man sonst nicht so einfach sieht. Ich habe am meisten Spaß gemacht, die ganzen Pyramiden, weil so eine große Pyramiden hatten wir noch nie gemacht und es war ein Highlight. Die waren so toll drauf, die haben uns so angepeitscht. War toll. Ich bin immer noch ganz bezaubert, was die einzelnen Gruppen sich ausgedacht haben. Das sieht man ja dann auch erst an dem Tag wie heute, auch die anderen Gruppen. Und es war einfach richtig schön.